Oh mein Gott! Da ist jemand, da schaut man, Leute! Ey, warte mal. Das ist ein Horror-Clown, Bro. Das ist ein Horror-Clown! Hilfe! Leute, der Horror-Clown kommt! Oh mein Gott, meine Freunde, wir sind heute um 3 Uhr nachts auf dem Spielplatz. Mit dabei, Leontine. Ich hab Angst! Leute, es ist schon so spät, hier ist niemand mehr, es ist alles komplett dunkel. Und Fabian ist auch dabei. Jungs, lassen wir jetzt anfangen. Leute, Burger-Pommes, alle in die Kommentare schreiben. Ich hab Angst! Lass erstmal hier gucken gehen. Ey, Jungs, ich würd sagen, sollen wir erstmal da hinten hingehen? Guck mal, hier ist so ein Trampolin, Alter. Lass mal ein bisschen springen. Oh, schaust du dich das? Leontine, hier ist aber echt gefährlich. Mach mal ein Salto, kannst du das? Ne, mach hier lieber keinen Salto, weil hier ist echt hart, hier ist ein Stein außen. Sollen wir mal da hinten gucken? Was, alles so ist? Alter, guck mal, da ist so ein Kletterding. Oh mein Gott. Okay Leute, Leontine schaut jetzt mal nach, was hier oben drin ist. Ja. Alter, pass auf Leontine, dass sie dich verletzt. Ist da irgendwas? Nein. So Leute, ihr seht es, hier ist nichts, ne? Echt? Bro. Ey, habt ihr es gehört? Digga, da war ein Geräusch hinten. Ja, da hat es geknackt. Ihr hätt es eh gehört, ne? Da hat es geknackt. Ey, hast du auch Angst? Ey, unnormal. Ey, jetzt mach ruhig. Warte mal leise. Digga, da ist was. Hey Leute, habt ihr das nicht gehört? Doch, doch. Da war ein Schatten. Warte, vorsichtig, Lukas. Alter, ich hab voll Angst, Leute. Ich auch. Ey, was ist denn noch? Ha! Ha! Oh, ich hab euch geprankt! Alter! Da sagt gar nichts, Alter! Oh Mann, ich hab euch mal erschreckt, ey! Ey, Alter, mach doch nicht hier ab, Junge! Oh mein Gott! Haha, geprankt! Hast du auch Angst gehabt? Ja! Ich will zu meiner Mama! Hahaha! Junge, ey, ihr seid solche Angst haben! Mann, Lukas, das ist heute nicht witzig! Ey, Jungs, lass mal hier hin, lass mal hier hingehen! Was ist denn da, Lukas? Ey, guck mal! Ey, da sind so Stangen, ne? Ja! Meinst du, da ist einfach so ein Geburt? Ey, Fabian! Leonti, mach mal ein Challenge, der als erstes oben ist! Let's go! Oh, die kommen gerade nicht hoch! Los, Jungs, beilt euch! Oh, Alter! Ich glaub beide kriegst dich hin! Guck mal, Jungs, der wo oben ist! Los, Leonti! Oh! Ich glaub beide schafft's nicht! Okay, dann lass mal weitergehen, oder? Lass mal weitergehen, Jungs! Oh mein Gott! Warte, warte, warte! Digga, da ist ne Schaukel und die schwingt gerade! Ja! Digga, hier ist jemand! Hier ist jemand! Oh mein Gott! Digga, warte mal! Was ist das nicht? Pssst! Also! Vorsicht! Ich beschütz mich! Ja, ja, ich beschütz dich! Mein Gott! Ey, warte mal, Marvin, siehst du das? Die schwingen die Schaukeln! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, die Schaukeln bewegen sich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, Bro! Ich krieg grad so Gänsehaut überall! Ja, ich auch! Ich auch! Ey, Jungs, ganz kurz! Das heißt, vor maximal einer Minute hat hier noch jemand geschaukelt! Vor maximal einer Minute! Ja, ja! Ja, ja! Oh mein Gott! Ey, Bro! Ich sag ehrlich! Der Schaukel ist ja ein Geist! Bro! Ich sag ehrlich, Marvin! Ich weiß nicht, was hier ist! Lass mal lieber da hinten zu dieser Rutsche oder so gehen! Ja, ich hab auch Angst! Ich hab Angst! Bro! Ich sag ehrlich, Marvin! Was denn, Lukas? Können wir bitte wieder gehen? Ey, irgendwie... Ich weiß, hab ich eben geprankt so, aber Digga, das mit dem Schaukeln, das macht mir grad ein bisschen Angst! Wer schaukt hier nach? Ey, Jungs! Lass mal hier hoch zur Rutsche! Vorsichtig! Warte, alle zusammenbleiben, wenn was passiert! Ey, Leontyn, bleib hier! Bleib hier, bleib hier! Fabian, nicht hochrennen! Okay! Oh mein Gott! Ey, Leute, ey! Oh mein Gott! Bro, warte, warte! Nicht berühren! Nicht berühren! Nicht berühren! Nicht berühren! Nicht berühren! Alter, warte mal! Warte! Komm! Komm mal her! Was ist da? Oh mein Gott! Alter, das sind Bluttropfen! Ja! Und schaut mal! Oh mein Gott! Alter, warte mal kurz! Ey, ey, ey! Warte, warte! Ich würd sagen, ey, warte mal rutschen! Ey, Marvin, willst du rutschen? Ich... Warte, warte! Ey, warte, warte, warte! Oh mein Gott! Wir müssen erst mal die Absperrung hier wegmachen! Warte, ich mach das! Ja, komm mal vorsichtig! Digga, wer ist das gewesen? Alter Junge, was ist das? Digga! Ey, Marvin! Ja? Willst du rutschen? Ja, ich rutsch, warte! Wollen wir alle zusammenrutschen? Ja! Komm, Lukas, wir rutschen alle zusammen! Komm ran, Lukas! Wir rutschen alle zusammen! Nee, nee, rutsch mal vor! Da passen wir nicht zu dritt nebeneinander! Okay, dann warte, warte! Wir rutschen bis zur Hälfte und rutschen nach! Warte! Okay, komm, ganz vorsichtig! Nicht so weit! Warte! Ah, ich kenne dich! Hilfe! Hilfe! Hier liegt was! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Lukas, dein Buch! Jemand hat dein Buch reuniert! Oh mein Gott! Hä? Warte mal! Guck dir mal das Buch an! Hä, Bro! Alter! Bro, das ist mein Buch! Das ist voll verschmiert, Mann! Ey, warte mal kurz! Das Buch kann man noch nicht kaufen, das kann man nur vorbestellen! Hä, aber wer war das? Seit zwei Tagen fehlt mir ein Buch! Ja! Ich hab fünf Stück insgesamt! Meinst du, bei dir hat jemand eingebrochen? Ich hab einmal nur noch vier gehabt! Bro! Ja? Ey, als ob jemand in meiner Wohnung war! Ähm! Ey, Leute, schau mal da! Das ist... Ey, ich hab noch gar nicht gesehen! Oh mein Gott! Ey, Alter, was ist das? Bro! Das ist ein Pullover! Oh mein Gott, schau mal! Leg das mal da wieder hin! Digga, da hast du... Okay, warte mal kurz! Das ist was Rotes dran! Das ist Blut! Oh! Ey! Hier sind Seiten ausgerissen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr habt immer mein Buch zerstört, Digga! Alter! Ey, Mann! Warte, warte mal! Fällt irgendwie noch mehr? Ey, warte mal gucken! Gucken, ob das geheime Wasserrutschen-Video noch da ist! Nicht, dass es geklaut ist! Hey! Hey! Digga, hat jemand das geheime Video rausgerissen! Oh mein Gott! Hä? Bro, das ist mein Buch! Den kriegen wir! Junge! Oh mein Gott, nee, warte mal, was machen wir jetzt? Digga! Ey, warte, lass doch mal das Buch analysieren! Lass mal da hinten hingehen, wo so Licht ist! Ja, ja, komm, ich gebe mal wo Licht ist! Digga! Okay! Hier ist sogar Blut! Das ist kein Blut, glaube ich, oder? Doch! Ich weiß nicht! Ey, Leute! Wir sind jetzt hier auf jeden Fall beim Licht, ne? Und... Ähm, ich hab Haare! Wo? Alter, warte mal! Hä? Alter, das sind so orangen Haare, ne? Oh mein Gott! Nein, das sind so rote! Ja, so rot! Rotorange! Oh mein Gott! Alter, das sind einfach Haare! Ey! Was ist das für... Hat das was für ein Buch auf sich? Warte, warte, warte! Welche Haare haben immer Clowns? Rote! 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 Was ist das? Ja, das ist... Glaubst du, das ist Clowns Haar? Ja! Lass mal jetzt das Buch analysieren! Sagst du nimm mal, Marvin! Du mal! Guck mal, das tropft! Oh! Gut worden, Thomas! Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott! Wer ist die, Mann? Da schauen wir Leute! Oh mein Gott! Ey, warte mal! Das ist ein Horrorclown, Bro! Das ist ein Horrorclown! Ey! Oh mein Gott! Ey, warte, der bewegt sich nicht! Der bewegt sich nicht! Der bewegt sich nicht! Doch! Oh! Oh mein Gott! Ey! Ey! Das ist ein Horrorclown! Ey, Jungs, wir müssen weg hier! Oh mein Gott, der kommt! Bro! Bro! Ah! Wo sollen wir hin? Warte! Ey, Jungs, wir müssen da rüber! Ey! Ey! Der hat da was in der Hand! Oh mein Gott! Irgendwas Rotes! Bro! Der hat eine Waffe in der Hand! Oh! Ey! 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 Ey, der kommt immer nicht! Komm, lass mal in den Wald! Komm, wir verstecken uns irgendwo hier! Komm, schnell! Digga! Ich kann nicht rennen mit meinem Knie, Leute! Oh! Oh! Bro! Warte, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr! Ich auch nicht! Warte! Da ist er! Wo? Wo? Ah! Da vorne! Wo kommt der? Er kommt! Leute! Ey, Jamin, pass auf! Der kommt zu dir! Ja, aber er sieht mich nicht! Ah! Jungs, der leuchtet auf mich! Ja! Was soll ich machen? Schnell! Dicken Out! Komm! Hilfe! Lukas! Warte! Wo ist der? Wo ist er? Ich weiß nicht! Ah! 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 Der kommt! Ey, wir müssen weg hier! Ah! Nein! Schnell, Rutsch! Leontin! Ah! Ey! Leontin, Rutsch! Ah! Der Klauen! Oh mein Gott! Ah! Hilfe! Leute! Der Horkang kommt! Ah! Ich muss weg! Ich habe Angst! Ah! Ich weiß es nicht! Wo ist Fabian? Wir haben Fabian verloren! Wir haben Fabian, kommt was! Digga, wo ist er? Oh mein Gott, nein! Wir haben Fabian verloren! Wo ist der Clown? Komm! Ey, Mavin! Ey, ey! Wo ist er? Wo ist er? Ah! 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 Da ist er! Oh mein Gott! Ah, der kommt! Bro! Lass es weggehen! Komm! Oh mein Gott! Schau mal! Der hat da Blut an seine Waffe dran! Alter! Oh! Ey, was tut das mit meinem Buch, Mann! Warum hast du mein Booster-Shirt? Lukas, der hat da ein Booster-Shirt! Der war der... Der, warum? Oh mein Gott, Leute! Warte! 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 Ah! Ah! Ey, der ist einfach ein Horror-Claudi auf dem Spielplatz! Er ist verfolgt! Geh weg jetzt! Ey, wir geben dir alles! Was willst du von uns? Guck mal! Oh mein Gott! Ah! Ey, warum hat der sich weggedreht, Digga? Oh mein Gott! Ey! Komm, ey, wir gehen jetzt weg! Ich glaub, die Polizei kommt auch gleich! Wir haben die... Wir rufen die Polizei! Ja! Hör auf! Horror-Claud, geh weg! Ah! Oh! Ey! Ah, der kommt! Ah! Der Horror-Claud! Ah! 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 Der ist immer noch da! Leon Team! Lauf weg! Nein! Wir müssen weg! Ah! Wo ist Fabian? Der ist weg! Ich weiß nicht! Lass uns abhauen! Ich glaube, er hat Fabian bekommen! Oh nein! Oh mein Gott! Ey! Das ist viel zu schlimm! Ey! Fabian, komm schnell! Der Horror-Clown ist da! Komm! Komm schnell! Ah, mein Knie! Oh nein! Ah! Lauf weiter! Komm, lauf! Ich kann nicht mehr warten auf mich! Lauf, Jungs! Marvin! Bitte rette mein Buch noch! Ja! Ich mach's! Nimm das Buch mit und lauf! Oh nein! Der kriegt jetzt Lukas! Ah! Ah! Nein! Nein! Oh mein Gott! Bitte! Ah! 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 Ah!